So Leute, und weiter geht's von Metroid Prime. Äh, ja, das klingt ja nicht wieder auf Fass an wie, ne? Da sind wir jetzt angekommen, jetzt geht's auch weiter. Yallah, perfekt und. Und Zeit läuft. So, jetzt bin ich mal was gespannt. Ach, super, ich krieg' nen Krampf. Das ist ja wohl ne Sauerei. Das war die ganze Zeit das gewesen, ey. Egal, Leute, jetzt kann ich auch das Spiel perfekt. Oh, ey, komm mal. Das ist aber immer gut. Ich guck dich mal an wie, ey, jetzt läuft auch das Ass rein, ey. Jetzt, ey, sag mal, also irgendwann ist doch mal guter jetzt, ne? Alter, immer noch nicht kaputt, der Yeti, du voll junger Lehrer. So, zack, äh, zack. Scan. Ist da noch einer? Hä? Ist da noch irgendein Kaffee? Hä? Wieso komm ich nicht jetzt da? Hä? Ach, da ist noch eins. Ne, sag's, dann haben wir es doch. Zack. So, jetzt. Yee! Na, also geht auch. Ja, jetzt ist auch, ja, jetzt ist auch das komplett perfekt. Guck mal. Ich brauch ja auch Nummer zwei, Mensch. Was? Alter, irgendwann ist ja aber auch mal endgültig gut, ne? Darf doch wohl nicht wahr sein jetzt hier. Warte mal, was ist denn das hier? Wozu ist das denn? Ah ja, du hast nichts gesagt, nur. Ist das irgendwie nicht passiert, keine Ahnung. So, Ending-Gelände, Schnauze voll. Also, jetzt ist das ein Kaffee. Hm, so los. Hier nochmal vier. Oh oh, nein. Ich muss jetzt hässlich, doch. Das ist noch nicht alles, oder? Nein, noch nicht alles. Scheiß nochmal. Oh, ho, ho. Jetzt erst kommt das. Hm. Ah, ich mädd' doch mal. Nein. Oh, das ist ja jetzt da, Alter. Da. Was? Jetzt aber, glaube ich, haben was, ne? Ja, Doris anlacht. Jetzt haben wir was, ja. Nein, dann kommen wir später, wenn wir die Powerbomber haben. Zack, ready. So, zack. Oh, Mann. Das ist es, wir sind. Oh, Mann. Das war's. Das war's. Das war's. So, zack. Aufmachen. Schneller. Und auch da. Aha, jetzt ist er hier. Alles klar. Was? Wo? Ganz schön mutig, Kollege. So. Sieben. Ja, doch, genau das war das. Richtig, richtig, richtig. Das war das. Je. So, zack. Da. Ua. Samos. Hör auf zu zicken, es hauht dich kaputt. Scheiße, toll. Mann, ey. No. Perfect. Ja, sieh zu. Uu. Oh, hey, da. Da. Du bist jetzt hier, siehst du bist, hey, da. Ja, da. Da. so wirst du auch hier so sag eins zwei drei oh man aber hier gibt es ein laufbar, das wollen wir jetzt auch vorheben 1 2 3 4 das muss nicht sein und Wingo, da haben wir es doch Are you ready? Missile Container Hard! So und jetzt geht es da hin Eiswaffe, ladies So, he is in VSR, ha! So, . Ich muss das gelbe jetzt glaube ich einstellen, oder muss ich ein bisschen zum roten? Ne, ich würde sagen müssen, warte ich muss mal gucken, erstmal nachgucken. Das gelbe ist ganz oben, nein wir müssen erstmal zum roten, das heißt das rote muss genau, da haben wir schon, eins, zwei, haben wir es da, so, zack, na komm schon, mich nochmal, so, 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 Was ist das falsch jetzt? Nein, genau richtig Boah, ist das hier zu tun? Was ist das denn so? Was ist das denn so? Alter, ey! Oh, hier bin ich nicht mehr stehen Genau, perfekt So Ah. Zack. Jo, la, bing, yeah! Ah, yeah! Ah, schön. Aber was, wer kommen wir denn gleich hier überhaupt? Hm, da muss ich leider gleich noch sehen. Ich hab's nicht mehr gehabt. Ja, ja, komm, das hier jetzt mal. Oh, ist ja geil! Mega das! Aha, ok, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, nein, 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 nein obama da kann man da kann man da 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 oh So, das war's, yeah, haben wir ihn erledigt, yeah, haha, we got it, okay, von hier kamen wir, genau, so, hier ist heute nichts, ne, oh, doch, aber wir müssen erst mal, warte mal, wir fassen Bottich mit Phas und Näherlösung, Aufbereitung von Energie, die verrate, nach Ausschreitung vorweilen, aha, aber wir müssen jetzt erst mal hier hin, was ist denn jetzt noch? Nein, ich verrate, ganz schön, dass es dann, eigentlich, auch wir müssen hinterher hin electrode, Oh, ein Kollege. So, Feierabend. Endgültig ist Feierabend. War jetzt nichts wichtig oder so, ne? Nope. Nichts wichtig, alles klar. Woran geht es? Aber hier ist es irgendwo wieder... Da. Hä? Zwei Rote? Und hier. Und hier war doch glaube ich auch noch was Wichtiges, ne? Da. Hier einmal Nummer 1. Zwei und... Und Nummer 2. So, jetzt geht es hier weiter. Oho. Ah, wie sind wir bei der Powerbombe, Leute? Yeah, nächstes Upgrade! Yeah! Mega Rest! Mega Rest! Ja, lass die Fische mal kommen. Gehen, lass jetzt mal kurz weggehen. Oh. Doch, 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 doch. Ich bin auf den Weg dahin. Alles, keine Ahnung. Oh, je, die Verreue, nur der war. Oh. Alter, was soll denn, der misst jetzt hier komplett ein Mensch. Also, irgendwann ist auch mal endgültig gut, ne? Die ganze, der wird hier beschossen von einem sein. Das gibt's doch wohl nicht. Oh, ich bin auf 7. Ich bin auf 7. So. Oh, das war meine mächtigen. Oh. So, Kollege. Ich bin auf was jetzt. Ab geht's auf Mega Bombe. Yeah! Ja! Ja, wir sind da. Da ist es. Wir sind da. Yeah! Okay. Warte, 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 warte. Oh, schalte zu... So. Erwärtsch, das war's. Yeah! Zack, bumm. So, jawoll. Jetzt, Leute, geht's ab nach unten. Das neue Upgrades holen. Yeah! Ladies und Gentlemaner. Ja, komm schon. Wo ist der Eingang jetzt? Komm schon da. Zack. So. Eilander, Mensch. Ja, ja, komm. Ich bin eh im Verwundballer, da so. Boah, Mann. Genau. Ah, genau. Hier ist noch eine Fische da. Noch eine Bummelie. Zack, zack, zack. Boah, Mann. Und... Yeah! Woooo! Ladies und Gentlemaner, are you ready? Hey! Leute, jetzt haben wir die Mega-Bombe. Bam! Jetzt ist es soweit. Yay! Powerbombe erhalten. Yay! Hey! Morpher-Modus, bitte össer drücken, um eine Powerbombe zu legen. Mit Powerbombe lassen sich stabile Materialien zerstören, als mit der gewöhnlichen Morpher-Bombe. Zündige Datenattacken, ja, aber... Ja, ich weiß. Rechts Mausklick. E-T-It-All. Bam! Yolandai! So, jetzt haben wir hier schon einmal die Heten gebrauchen. Hier. Das zählt nochmal raus. Nein, nicht! Na ja, wo ist denn? So, Mist Viecher! Boah, ich hau jetzt die Füße ab. Ne, mich die ganze Zeit hier abschließen, ne? Unverschämte Viecher. So, Kollege, leider. Ending-Blende. So. 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 gelände okay wir hier brauchen wir den x-ray visor ja hier brauchen wir den x-ray visor welche wieso haben wir heute schon alle warten wir kurz 6 7 bin gerade mal nur zwei bis sie suche okay wir müssen noch den x-ray visor holen gut hier können wir weiter nichts mehr machen aber wir wollen nämlich hier den x-ray visor weil das sind so ein bisschen unsichtbare sachen aber leute wir haben den part gut abgeschlossen wir haben nämlich die powerball bombe geworden hier jetzt gehen wir erstmal zurück da ist der spielstand genau zack hier fischköppi seid ihr schwach alter verwalter kann alter der macht doch schon hin mensch noch einmal so und schmeichert ja also ich danke der stelle wieder fürs zuschauen aber die meinen kanal gibt mir dann hoch und weiter geht's beim nächsten mal